Heute hab ich gute Laune, Laune, lecker! Kuckuck, hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Natürlich wieder ein Food Diary, was soll es auch anderes sein, was anderes gibt es ja hier nicht auf meinem Kanal. Aber egal, was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Ich hab euch auf jeden Fall wie immer von Montag bis Freitag alles mitgefilmt, was ich gegessen hab. Diesmal auch wieder, was ich eingekauft hab, das habt ihr euch jetzt ein paar Mal gewünscht. Und ihr habt ja vollkommen recht, hab ich euch Ewigkeiten nicht mehr gezeigt. Von daher hab ich das in dem Video nachgeholt, also ein kleiner Einkaufs-Haul ist auch dabei. Ich möchte euch heute aber auch noch einen anderen... Ich möchte euch heute aber auch noch einen anderen super tollen Food-Kanal empfehlen, und zwar die liebe Sarah. Ihr Kanal heißt Sarah Fit, vielleicht kennt ihr sie ja auch schon. Die macht auf jeden Fall mega tolle Videos, wie ich finde. Auch ganz viele Food Diaries, What I Eat in a Day, Rezept-Videos. Also es ist echt ein richtig cooler Kanal. Und jeden Sonntag kommt bei ihr auf jeden Fall auch immer ein Video. Ich verlinke sie euch mal in die Infobox. Und wenn es schon online ist, auch natürlich das aktuelle Video. Und dann schaut da super gerne mal vorbei und richtet ihr mal ganz liebe Grüße von mir aus. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Video. Und wir sehen uns am Ende nochmal. Tschüss! Hallo und guten Morgen! Um 20 vor 12 schon. Ich habe schon mal einen Kaffee getrunken und komme jetzt endlich mal zum Frühstücken. Ich habe mir heute 250 Gramm griechischen Joghurt gemacht mit einer frischen Feige, ein paar Blaubeeren und Low Carb Kokosnuss-Müsli. So, Mittagessen ist ja ausgefallen wegen spätem Frühstück. Deswegen habe ich jetzt, ja vor allem ich habe die Weihnachtsbäckerei eröffnet. Nee, es war irgendein Supermarkt. Ja, es gibt jetzt ein paar Kekse, nicht alle, aber ein paar Spekulatios. Und hier irgendwie ein, zwei Lebkuchen sozusagen als 14 Uhr Nachmittagssnack. Morgen bin ich immer müde, armes bin ich immer wach. Käse, Lauchsuppe, juhu! Kleine Werbeeinblendung mit meinem Rabattcode JustSandrasKochBlog bekommt ihr den Gemüse-Arounder in Originalgröße. Geschenkt gilt ab 20 Euro Einkaufswert und ist unterm Video verlinkt. Und wofür nutze ich den gerne? Ja, eigentlich zum Beispiel für Pfannengerichte jeglicher Art oder auch Ofengerichte, Suppen. Eigentlich überall, wo ich Gemüse drin habe. Und weil ich fast jedes Mal die Frage bekomme, hier nochmal gerade zeige ich euch, wie ich die Gewürze aufbewahre. Das ist hier so ein Ikea-Servierwagen. Da habe ich die einfach reingepackt. Passt hier perfekt in meine sonst ungenutzte Ecke in der Küche. Und Gnomi vergnügt sich derweil mit dem Karton, wo die neue Gewürzlieferung drin war. Kartons sind doch das Beste für Katzen, ne? Scheiß auf jegliches Spielzeug, hallo? So, fertig. Heute Abend gibt es für jeden eine dicke, fette Portion Käse-Lauch-Suppe mit Hackfleisch. Der All-Time-Klassiker, der ja irgendwie immer geht. Ich werde euch das Rezept sicherheitshalber nochmal verlinken unter dem Video. Ich denke mal, das kennt eh jeder, aber safety first. Und ich freue mich jetzt drauf. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag. Ja, auch heute gibt es wieder griechischen Joghurt mit dem Low-Carb-Müsli, zuckerfreien Schokotrops und Blaubeeren. So, Dille, es gibt jetzt einen Lebkuchen zwischendurch. Wir haben jetzt kurz vor elf. Das gibt es jetzt zum Mittagessen. Ich habe mir hier ein Low-Carb-Brötchen aufgetoastet. Die eine Seite mit Pfeffer, Frischkäse-Bressot bestrichen. Finde ich super lecker. Und auf der anderen Seite noch von dem Stück Salami. Hat nicht alles draufgepasst, deswegen den Rest snack ich dann so. So, ich war gerade einkaufen und habe mir noch was vom Bäcker mitgebracht. Und zwar ein Laugenbrötchen. Ich finde, das ist ja der Shit. Also wartet, ich packe es euch mal aus. Vielmehr nennt sich das, glaube ich, Laugeneck. Das ist ja so ein bisschen Blätterteig-mäßig. Ich finde die sowas von lecker, diese Brötchen mit Sesam drauf. Und das gibt es jetzt am späten Nachmittag. Guten Abend. Und ich mache heute Pasta Rucola. Eins meiner liebsten Pasta-Gerichte. Geht ganz easy peasy. Ich nehme euch jetzt mal hier ein bisschen mit. Ich habe hier Kirschtomaten halbiert, mariniert mit Olivenöl, weißem Balsamico, Salz, Pfeffer, Pinienkerne geröstet, Parmesan gehobelt und hier Rucola gezupft. Es kochen gerade die Nudeln. Und nachher wird einfach nur noch alles vermengt. Und das schmeckt köstlich. So, erst kurz bevor die Nudeln gar sind, damit es nicht groß zusammenfällt, vermengt ihr einfach alles, den größten Teil vom Parmesan. Pinienkerne habe ich jetzt noch separat, weil die noch ein bisschen warm sind. Und wenn die Nudeln gar sind, kommt das über die Nudeln. Also Nudeln abgießen, ab in den Topf mit dem Zeug und dann vermengen und dann sofort mit dem restlichen Parmesan servieren, weil das wird relativ schnell kalt, weil das ja quasi wie so eine Art Dressing ist. Schmeckt aber echt mega lecker. So, zack, 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 zack. Und das Rezept verlinke ich euch und wir lassen uns das jetzt schmecken. Hallo Mittwoch, hallo Glenda unten. So, zum Frühstück gibt es wieder griechischen Joghurt mit Kiwi, Blaubeeren und zuckerfreiem Knuspergranola. Guten Morgen, Männlein. Ei, ist da noch jemand müde? Und der kleine Mann sitzt auf seinem Beobachtungsposten. Na, Gnomi, hallöchen. Hi. Oh, was riecht denn da so gut, das Frühstück? Hallöchen, ich mache gerade Mittagspause und habe mir hier nochmal ein Low Carb Brötchen gemacht. Die eine Seite mit Appenzellerkäse belegt und auf der anderen Seite ist ein Frischkäse in der Sorte Tomate, Paprika und das lasse ich mir jetzt schmecken. Katze im Karton. Guten Abend, meine Lieben. Ich habe ein neues Rezept gemacht für morgen, für den Dip Donnerstag. Ein Salat-Dressing-Rezept und zwar ein super leckeres Himbeer-Dressing-Rezept. Nochmal neues. Ich habe euch schon mal irgendwann eins gezeigt, aber das schmeckt hier noch besser. Und ja, ist auf jeden Fall einiges da. Können wir morgen noch was von essen. Und ja, den Salat habe ich gerade für die Fotos gebraucht. Werde ich dann jetzt eben als Vorspeise futtern. Das ist einfach Felsalat mit Walnüssen und eben dem Dressing. Bestellt, 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 bestellt. Tada. So, passt jetzt die Arsch auf einmal zur Vorspeise? Nicht, aber ihr kennt ja mal ein manchmal gagamäßiges Essverhalten. Also Currywurst mit Pommes und Mayo. Für den Hasen gibt es übrigens das Gleiche. Heute habe ich gute Laune, Laune. Heute ist so ein schöner Tag. Es geht aufs Wochenende zu guten Morgen. Ja, griechischer Joghurt mit jeder Menge. Himbeeren, die hatte ich noch über. Blaubeeren und Low-Carb-Müsli. Der kleine Pupsi ist müde. Ich bin heute den ganzen Tag in Online-Sessions. Das Männlein sitzt entweder neben mir oder hier auf dem Stuhl. Und ich bin hier den ganzen Tag nur am Snacken, anstatt mir mal irgendwas zu futtern zu machen. Eben den Erdnussriegel und jetzt den Kokosriegel. Also Glenn ist so ein typischer Mann. Wie liegt der denn da überhaupt? Wie liegen wir denn da, Männchen? Wie liegen wir denn da, also ehrlich? Ist euch schon mal aufgefallen eigentlich, dass der Gnomi eine weiße Schwanzspitze hat? Zeig mal, Gnomi, zeig mal. Guck mal. Witzig, ne? Da erkennt man dich immer dran. So, dann werde ich mal versuchen, euch endlich nochmal die Einkäufe abzufilmen. Ihr habt das ja schon vermisst. Mal gucken, ob das jetzt trotz der Männer hier klappt. Ich mache das schnell, etappenweise wahrscheinlich wild durcheinander. Gut, fangen wir mal an. Wie gesagt, komplett wild durcheinander. Ich habe auch wild durcheinander eingeräumt. Also, Unfug, ne? Ist sowieso viel dabei. Einmal die Jumbo Erdnusslocken, einmal Peperoni-Chips. Hier so verschiedene Backsachen. Das eine Brötchen habe ich ja schon gefuttert, habt ihr eben gesehen. Eine Snackbox mit so ein paar Knabbereien. Dann haben wir hier einmal Frühlingszwiebeln, einen Parmesan, einen Ofenkäse. Ist übrigens alles von Aldi Süd. Einmal Tomaten, einen kleinen Marzipanstollen für den Hasen. Hier einmal die Mini-Schokoküsse, eine Nussknacker-Schoki. Und hier Laugenbrezeln zum Aufbacken. Die wollte ich platt machen und irgendwie hier so Laugen Schiffe draus machen. So im Flammkuchen-Stil. Vielleicht morgen mal gucken. Und genau, ich räume mal weg und weiter geht's. So, der erste hängt schon in der Süßigkeiten-Schublade. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich sage, ja, bunt gemischt, ne? Einmal hier so eine Special Halloween Edition M&M's. Einen Mozzarella. Dann haben wir hier einen Brokkoli. Erdnussberge. Hier ist noch Wurst und Schinkenwürfel. Einmal, die hatten wir schon, Erdnussberge. Cremefresh. Eine Zucchini. Zwei Nougat-Baumstämme. Eine Aubergine. Dann zweimal Snackmöhren. Einmal Gouda. Und da habe ich die ganze Zeit schon so drauf gegeiert. Habe ich aber nirgendwo bekommen. Baumkuchen. Entzartbitter. Der Shit. Genau. Dann habe ich mir einmal, oder uns, Lachgummis geholt. Ne, schon für mich war schon richtig. Emmentaler, Heumich-Emmentaler gerieben. Einmal Äpfel. Ein Basilikum. Katzenleckerlis. Und ein reines Schuss Vollkornbrot. Und der Wurst. Und der nächste Kollege hängt in der Schnabbel-Schublade. Gnomi. 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 Hallo. Raus jetzt da. Wo ist hier der Ofenkäse? Wo ist hier der Ofenkäse? Gib mir meinen Ofenkäse. So, heute gibt es Brotzeit. Ich hätte jetzt irgendwie so Bock auf Brot. Eigentlich sollte es Mascarpone geben. Mascarpone, was gab ich da? Minestrone. Aber ich hatte so geile Brotsachen geholt. Jetzt hatte ich irgendwie mehr Bock darauf. Die Minestrone mache ich aber auch gleich noch. Die ist dann fürs Wochenende. Mit allem Zipzap, was da so zugehört. Und zum Nachtisch wird direkt mal der Baumkuchen angeschnitten. Wie angekündigt, ich bin es nochmal zu später Stunde. Wir haben jetzt schon 23 Uhr. Irgendwas sogar schon. Und ich habe tatsächlich jetzt noch eine leckere Minestrone gekocht. Habe da gerade Fotos geschossen, weil das Rezept kommt jetzt am Wochenende auch auf den Blog. Das heißt, ihr habt das dann auf jeden Fall schon. Und ich glaube, ich werde einen Teil davon einfrieren. Und auf jeden Fall werden wir da auch am Wochenende was von essen. Oder morgen dann schauen wir einfach mal. Mit diesem Rezept bin ich Teil der Kampagne Bunt ist schlau von Aldi Süd. Und ja, da geht es darum, dass man ja quasi so nach den Farben des Regenbogens isst, Tag für Tag. Damit man auf seine Portionen Obst und Gemüse kommt. Ich will aber jetzt auch hier nicht zu viel verraten. Deswegen schaut da gerne mal bei meinem Blogbeitrag vorbei. Da habe ich euch noch einiges mehr zu der Kampagne erzählt. Ich habe euch das unter dem Video wie immer verlinkt. Und da gibt es dann natürlich auch das Rezept für die leckere Minestrone. Da kann man ja so verschiedenes Gemüse reintun. Ist auf jeden Fall sehr lecker geworden. Guten Morgen! Das gibt es heute zum Freaky Friday zum Frühstück. High-Protein-Vanille-Pudding mit Granola. Drei kleinen Dickmanns oder Schokoküssen, whatever. Und ein bisschen Obst für Gewissen. Hallo, als Vormittagssnack gibt es jetzt noch mal ein Stück Baumkuchen. Lecker! Hallo, da bin ich wieder. Das gibt es zum Mittagessen. Lecker Tomate-Mozzarella mit leckerem Olivenöl und dazu ein paar Scheiben Chop Butter. Ich mache jetzt mal unser Abendessen. So, die vier Brezeln habe ich jetzt platt gemacht und ausgerollt. Beziehungsweise hier erst mal zwei ausgerollt. Und da werden so eine Art Flammkuchen, ja Brezeln kann man sie ja da nicht mehr nennen, aber irgendwie sowas draus. Das habe ich jetzt bestrichen mit einer Creme Fraiche Käsemischung und belegt mit Schinkenwürfeln. Und so geht das jetzt erst mal in den Ofen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommen noch Frühlingstiefeln drüber und dann ist es fertig. Und ich mache dann direkt die nächsten zwei. Fertig ist die erste Fuhre. Ich glaube, das Rezept poste ich euch. Also Rezept ist gut. Die Anleitung poste ich euch direkt morgen früh auf Instagram. Heute habe ich gute Laune, Laune. Lecker! Ich hatte übrigens doch in Anführungszeichen nur anderthalb von diesen Brezelteilen und gönne mir jetzt noch eine Portion Obst. Wir haben ja alle gehört, Obst und Gemüse ist wichtig. Nee, Spaß beiseite. Es sind hier so ein paar Lachgummi-Joghurt. Die mag ich sehr gerne. So, ihr Lieben, ich hatte beim Schneiden schon mal geguckt. Ich glaube, das Video ist eh schon irgendwie zu lang. Deswegen habe ich dann Freitagabend aufgehört zu filmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert auch mal das ein oder andere Rezept aus. Da freue ich mich immer sehr. Und ja, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und natürlich allzeit guten Appetit. Der darf ja bitte auch nie verloren gehen. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss!